Hey! Und herzlich willkommen Willkommen zu einem neuen ASMR Video von mir Hello! 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 Fokus! Hello! Hello! Hey! Heute Heute gibt es Achtung! Gänsehautgefahren Ich lass deinen ganzen, darf ich nicht? Okay Körper kribbeln Okay Briefing So Und Ein bisschen Lass hier in dein Gesichtlein und ein bisschen die Schultern Sei nicht so verspannend Ich helfe dir Gefällt dir? Perfekt! Du musst ja vorbereitet sein Für das, was jetzt passiert Heute Gibt es kein Einzler Video Heute Gibt es Ganz viele Trigger Und Dinge Die ganze Haut auslösen Ich werde auch ein bisschen mehr talken Ich glaube, ihr vermisst das Ihr mögt das super gerne Und auch ich vermisse das Bei Asim Eganina Passiert so viel Und ihr kriegt alle eigentlich gar nichts mit Und das ist schade Wollt ihr ein Q&A Was ich schon vor Und Ja Wunderhin wollte Schreibt es in die Kommentare Und ich fange jetzt an Mit einem ganz leichten Tapping Trigger Und werde euch ein bisschen was erzählen I love it Ja ihr Lieben Leider Gottes bin ich mega krank Deswegen kommt das Video leider auch heute Sonntag verspätet Ich habe eine Ich weiß noch nicht was es genau ist Einen Arzttermin habe ich noch Eine Pflicht Und Ich kriege es aber genauso Wenn ich daran denke Ich habe am ganzen Körper Solche Großen Stellen Die sich vermehren Laut Arzt Soll das eine Östchenpflichte sein Die durch Stress Oder ein Virus oder so kommt Das ist auf jeden Fall nicht ansteckend Ja Und Also jeden Tag Gerade aktuell Kann mein Fohlen zur Welt kommen Und ich bin heute ganz lange nachts wach Und gucke in die Kamera Ihr könnt übrigens das alles mitverfolgen Auf Chaos Pony bei Instagram Checkt das unbedingt aus Das ist mein Herzensprojekt Wenn ihr mal eine Fohlengeburt sehen wollt Ihr müsst dafür nicht mal Pferdefreunde sein Und Checkt gerne Onlyfans und Patreon aus Dort gibt es super Delicious Content von mir Dort könnt ihr auch ganz viel mit mir schreiben Und 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 durch diese dumme Pflicht Habe ich gestern Nacht Hochfieber gehabt Spuckerei Und 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 Heute habe ich mich dann aufgerafft Für euch dieses Video zu drehen Und keine Sorge Ich schnack gleich weniger Wenn es um die richtig geilen Träger geht Aber ich wollte euch Ein bisschen mehr auch über Arsenal Und Janina die Person dahinter erzählen Damit ihr das so ein bisschen mehr nachvollziehen könnt Durch meine Angststörungen Mit Panikattacken Zwangsgedanken Bla 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 Bin ich halt unter Dauerstress Ich kann nicht mehr vernünftig In ein Restaurant gehen Ohne Dass meine Gesichtshälfte gelähmt ist Und ich meinen Arm nicht mehr spüre Aber noch ja Es ist halt anstrengend Auch der Grund Warum ich es nicht immer so viel schaffe So viele Videos zu drehen Weil mein Leben ist jeden Tag ein Kampf Bei besser Bei weniger besser So Aber Nun genug erzählt Wesens habe ich eine tolle glückliche Nicht toxische Beziehung Die mir Kraft gibt Sonst würde ich schon längst Lass mich los runter gehen Okay Süßen Jetzt ist genug geredet Ich weiß viele von euch mögen das nicht Deswegen Pst Nun geht das richtige Ding 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 Video Lohres Ding 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 Ich habe keine Träger vorbereitet Basic Aber ... schlische Luft schlische Luft Tick, 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 Tick Touch, Touch Tick, 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 Tick so Tipptopp. Next. Tipptopp. Schreib mir in die Kommentare ein rotes Herz, wenn du schon Ich denke, ich habe das. Pings. Ich habe einen Schraub und einen Schraub. Achtung, ich kitzel dich jetzt damit. Du versuchst jetzt keine Gänsehaut zu bekommen. Ich kitzel dich jetzt mit dem Ding. Okay, let's go. Umhalt bei dir. Okay, na. Und dann auch. Okay. Okay, okay. Okay, let's do it. I love 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 it.